So, ja, wie gesagt, ähm, wir sind hier jetzt wieder zurück und, ähm, versuchen natürlich hier alles etwas schöner zu machen. Ähm, zudem gibt's noch, jetzt hab ich, das ist zwar unser Haus, aber drüben könnten wir eigentlich unser Lagerhaus machen, das leerstehende. Habe ich mir so gedacht, hätte ich mir so gedacht, werde ich so machen. Ähm, das heißt, ich brauche einmal Halls. Halt. Ah. Und warum machen wir das? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir gehen schlafen und dann gehen wir Bäume fällen. Ja, wir fangen jetzt damit an, die ganzen Bäume dort wegzuruten. Dann haben wir sicher auch ein bisschen ein Holzproblem weniger. Zudem ist das wirklich das nächste Großprojekt, das hier verschönern, den ganzen Garten rund um das Haus, den Garten zombiefrei zu machen. Wir beginnen am besten, ich will schauen, wie weit geht dieser Wald nach hinten, diesen Fichten. Ich denke, es geht schon weit, oder? Ja, alle Fichten, wenn wir da nicht wegbringen, aber ein paar zumindest schon. Das war es Gru Shahvonistaner. Wir müssen glaube ich, wir sind wirklich das simpliste. Puh! 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 ... It Session Session. 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 Ich glaube wir sind doch vorne. Sonst waren wir wirklich zu viele. Barken da oben eh bleiben. Hm. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was ist das? Was ist Sashin? 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 Dazu muss man aber sagen, der Wald ist noch groß genug, also... ...was roten, wenn wir den nicht so schnell... ...was ist Sashin? Zwei werden wir gleich... ...verarbeiten... ...was ist Sashin? ...wieder Projekte, die wir hier machen... ...starten... ...unter anderem auch das mit dem Boot... ...diese Wege da alles zu machen... ...das dauert auch, habe ich mir überlegt eben letztens... ...und habe gesagt, das mache ich halt beim nächsten Mal dann... ...die Türen hier... ...richten... ...aber aufz"? ...kann? 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 ...imber sobre die Türen hier schon aus... ... backlogged und y fuf es nicht schön fechn sink. ne ist все abs So. Okay. so schön aber gut, das ist alles was wir machen müssen so schön Okay. Okay. Der Baum ist jetzt einmal die Grenze nämlich. Okay. 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 So. Das geht dann ein bisschen was aus da. So. Okay. So. Yeah. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, das machen wir nochmal da fertig, diesen Kreis, diesen Bogen ... Hmmmm... Na gut, das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann noch einmal, macht's gut, ciao.